Herzlich Willkommen zum Adventskalender und somit heute zum 17. Dezember. Heute geht es um das Über-sich-Hinauswachsen. Die geistige Welt sagt dir, über dich hinauswachsen kannst du nur über das Mitgefühl. Mitgefühl für dich selbst, Mitgefühl für andere Menschen, für Tiere, für die Natur, für alles was ist. Das Mitgefühl, das wahre Mitgefühl ist das stärkste Gefühl der Liebe, das es auf Erden gibt. Durch Mitgefühl kannst du Berge versetzen. Hast du Mitgefühl für dich selbst? Oder bist du nach wie vor viel zu streng mit dir? Wenn du etwas manifestieren möchtest, gebe Mitgefühl hinein. Vollbringe heute eine gute Tat voller Mitgefühl für deinen Nächsten. Sei gesegnet, denn es wird hundertfach zu dir zurückkommen. adore Mitgefühl Vielen Dank.